So jetzt sind wir wieder bei der Ich bin schon lange wieder auf Sender, aber egal Und die Creepers blew up, aha Ja, okay Ich hab jetzt schon wieder nur noch Ja, ja, ich bin auch wieder bei der Ich übersteuere die ganze Zeit, alter Ich bin auch wieder bei der nächsten Aufnahme-Session Und ja Hm, was mach ich jetzt? Und nimmst du das für, dass es gar nicht geht? Äh, mir schießen, na doch, das muss halt mir gehen Es gibt auch noch schwerere Waves Pff Ich hab' die Skeletten, die immer mal abschießen Aber wie viele so viele Sporn überall Ich hab' immer diese Skeletten, Alter Die immer abschießen Bist du schon tot? Ja, ja, ich bin schon tot Bist du schon tot? Wer hätte das auch anders erwartet, ich bin schon tot Wolle dich du bloß gleich ab Ich renne einfach mal wie viel, wie ich hier nicht rumrenne Ich renne immer fast rum Ich renne immer fast rum Bei mir lagts es gerade Bei mir lagts leider Glaub ich ein bisschen Die sind Skeletten schießen sich selber Gegenseitig Ich hab' nur noch Alter, ich hab' nur noch Ah, ne, Scheiße, noch 10 Sekunden muss ich überleben Bitte, bitte Alter! Oh nein! Scheiße, brech! Fuck, Alter, noch 10 Sekunden hätten wir gebraucht Tja Ah, Scheiße! Alter, noch 3, 4 Sekunden länger und wir hätten noch gewonnen Ja Ja, lässt sich nicht ändern Fuck Naja, wir müssen das mal zusammenhalten Oh, das sieht echt geil aus Aber ich hab' so viele Pfeile im... ja, sieh' richtig... Wir stellen uns am besten so auf... Ja, ne... Ich würd' sagen, wir stellen uns irgendwie so an einen Turm Ich würd' sagen an den hier, komm Ey, das ist der Zombie-Turm Ja, und? Wir dürfen nicht als Monster Wir müssen irgendeinen Mob als, ähm... Ey, ich hab' keinen Bogen mehr! What the fuck! Warum das? Ich hab' keinen Bogen! Dafür kann ich jetzt mal nix... Keine Ahnung, ich hab' keinen Bogen! Das ist fucking awesome! Achso, ich greife hier ein Zombie von hinten an, das hab' ich gar nicht gesehen Hey, warum mach' ich denn noch ein Ding? Boah, drei Herzen, drei Herzen! Komm auf, komm! Wir sind echt... Wir sind echt die geilen PvP-Pros Wirst du raus, ja? What the fuck! Big Leg! Big Leg! Big Leg! Big Leg! Ich... ich kon' gar nix mehr machen, Alter! Alter, es leckt die lange Zeit Wetten, wetten, dass ich gleich erschossen werde, wetten Ich würde gerne meine 15 Gold behalten Okay, behalte ich nicht mehr So Wir sind sicher Das geht doch gar nicht Nein, ich bewege dich bei mir gar nicht Aha Ja, ich steh' auch nur grad nur rum Hm, ja Irgendwie ist es ein bisschen unmöglich, aber ne Ja, aber nichts bewegt sich Hm So, ich bewege mich gerade Fucking awesome Du... du erwickst... Oh, noch 10 Sekunden Versteht immer ständig Nee, ständig ständig Warum 10 Sekunden? Haben wir es geschafft, oder? Nicht? Nee, haben wir eben nicht Ich hasse diese Welle, ey Okay, wir müssen zusammenhalten Oh, scheiße, meine Nase Warum verdient man auch immer so viel in Zeug? Naja Immer noch diese Welle hier Ich hab schon wieder keinen schwer... äh, keinen Bogen Hm Das war komisch Oh, woran liegt das? Warum hast du keinen Bogen? Keine Ahnung Okay, nee, mir ist irgendwie aufgegangen Ich hab nur noch vier Herzen Okay Ich meinte nämlich, siehst du noch... Ich schieße noch noch zu dir Ich weiß gar nicht, wo ich bin Doch, ich bin neben... du bist neben mir Und ich bin tot Ich bin schon tot Hä, Leute, ich kann keine... ich kann gar nichts schlagen Es bewegt sich gar nichts Fuck... fucking weg Hm... Ja, das ist scheiße Okay Die Creeper se... ja, ist gegenseitig hoch Okay, find ich gut Und ich bin bestimmt gleich tot, weil ich noch zwei Leben habe Und noch zwei Leben? Ich muss nur noch... ich muss nur noch ein bisschen überleben, noch ein bisschen Nein! Ich sterbe Moselein war Level 1 Das liegt doch gar nicht Na, bei mir hast du noch ein Gold, soviel ist klar Ich sprint hier jetzt einfach durch, ja Ich hab auch noch ein Gold Ne, du hast noch ein Gold bei mir Einsch müssen du auch Gold verlieren Ja... Hm, noch zehn Sekunden, Janik Hä, warum... hallo, warum... ich hatte erst ein bisschen Sprintpack, das war echt scheiße Ich glaub, zehn Sekunden können noch nicht so lange sein Komm, zehn Sekunden, gleich hab ich's geschafft Ja! Ich hab's geschafft! Jaaaa! Ein Weltwunder... Naja... Alter, ich bekomme irgendwie nur noch ähm... Schwerter Ne, jetzt, jetzt, hällo, jetzt hab ich zwei Bogen bekommen und drei Pfeile Mhm... Und hast du ein Schwert? Ja... Ja, ich hab'n Schwert, zwei Bogen und drei Pfeile Mhm, naja, okay, machen wir mal die Next Wave, ja Ja... Aber das ist eigentlich ziemlich... Hm... Du hast fast 100, ähm... Gold mehr als ich 100 Gold? Ja... Ich hab grad 4 Gold, also von daher... Ja, aber jetzt auf dem Dings Ja, aber ich hab'n Dings dran Was, bitte! What the fuck! Ist ja nicht gut Das sind Skeletten, das seh' ich schonmal Witter, die Witter, die Scheißwitter-Effekte ist echt scheiße Kuchen fressen... Die Witter haben echt viel Leben drin müssen Ja, okay, das Skelett hat sein eigenes Skelett... Erschossen... Ich hab'n Witter gekillt, Alter, ich bin richtig... Oh, 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 oh! Ey, wie kann man sich eigentlich im normalen Minecraft-Sicht die Witters machen? Ja, die Witter sind Skeletons Also, im Neto, du musst... Komm mal hier zu uns Scheiße Du musst'n... Oh, scheiße, du bist mir vollends gut gebraucht Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz! Ich hab' noch alle Herzen, also alles ist gut Ja, ich hab' noch anderthalb Du musst Witter im Neto spawnen Dann funktioniert das Dann... Dann... Also, nee, du musst... Du musst Skeletons im... Im Neto... Im Neto spawnen Ja, im Neto spawnen Dann geht er Dann konnte... Ah, okay, diese Wähler war ein bisschen einfacher, gell? Ja, ja, an sich sind Skeletons am... Einfachsten Okay Yeah Wir haben die richtigen... PvP Pros Also, das war jetzt eigentlich ziemlich... Einfach die Welle Und das ist... Noch nicht Punkt 3 Welche Welle hatten wir jetzt grad? Wir hatten grad die... Alter, schau dir... Schau mal mich an Ah, ja, hm Okay, jetzt kommt Mag... Ich hab' den Pfeil im Sack stecken Jetzt kommt Mag-Mag-Mag-Chin-Jubes, soll ich mal sagen Und da oben auch dieser Atme-Knopf, damit man... Was, was kommt jetzt? Mag-Mag-Mag-Mag-Chin-Jubes So... Wave-A8 So, ich sag mal meine ganzen XP-Klügelchen ein Okay Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir Hey, lass mich zu dem... Alter, fuck Die sind... Hier ist einer Alter Die sind zwei, Alter, Chefs Kannst du mir nochmal helfen? Wer fährt? Die ist von... Die ist von... Die ist von... Wow Ficken Na, die Mag-Mag-Chin-Jubes sind gar nicht so einfach Wow Wow Wie viel zocken die? Weißt das? Gar nicht so wenig, will ich mal sagen Ich... äh... Hab immer noch volle Herzen Ich nicht, ich hab schon drei Leben verloren Ich hab jetzt mal schnell ab, Alter Okay Ich kann grad gar nichts Ich spring mal so hoch, das ist übelst nervig Okay, die ganz kleinen können wir eigentlich in Ruhe lassen, die zocken uns ja kein Leben mehr Habst du mir gegeben, ihr Gold? Ja, stimmt Ich hab jetzt einfach zu killen Wenn man einen großen killt, dann bekommt man kein Gold, gell? Ich hab... ich krieg ja 42 Gold Bist du tot? Nein Noch nicht Aber es legt gerade 8 FPS, ey, es geht gar nicht Hm, also bei mir läufts eigentlich relativ flüssig Alter Was ist das? Um dich herum stehen sie alle, oder? Kann das sein? Aber die könnte ich irgendwie irgendwie nicht töten Was? Wirst du gerade im Game-Mode? Nein Die töte ich irgendwie gar nicht, aber ich hab 49 Gold Äh, okay, in der Welt hab ich noch gar kein Leben verloren, aber konnte irgendwie niemanden Schaden zufügen Hm, ja, die konnten dir auch kein Schaden zufügen Okay, ich brauch noch ein Gold, dann kann ich mir was Neues kaufen Oder könntest du mir ein Gold überweisen? Ja, warte Nee, ich brauch jetzt doch erstmal was Da noch gar nichts Du hast noch Gold Du hast Reizen Gold, ja Ja, ich hab... Aber das dauert nicht viel zu lange, dir 49 Gold zu überweisen Über... Überweiß mir noch, ich brauch nur ein Gold Also du musst Give F2 ein Gold Musst du mitmachen Okay, danke Ich hab dir schon Gold gegeben Ich weiß Also ich hab einen Steinschwein, jetzt bin ich besser ausgerüstet Also du musst jetzt... Ich geb das nächste Mal, wenn ich mehr Gold hab, geb ich dir auch mal ein bisschen Gold ab, ja Kannst du dir auch mal ausstellen Vielleicht, ähm... Dein... Dein... Dein Bogen geben? Nein, das geht nicht Weil, ähm... Man bekommt den aus den Dispensern Na und? Du kannst mir den doch hier zuwerfen Mit Kuh Ja, kann ich machen Musst mir aber auch mal deinen geben Na komm, gib mal her Gib mal her Jetzt hab ich einen... Ja, okay Okay, next wave Was kommt jetzt? Wave 9 Zombie Pigment Oh, Zombie Pigment Zerstörst... Die laufen einmal, Alter Am besten darf man die gar nicht schlagen, weißt du? Nee komm, wir schlagen die damit wir Gold bekommen Die laufen ja einfach daher 3, 2, 1 Auf die Zombie Pigment Und... Alles drauf geil Der Bogen ist geil, gell? Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Fuck Ich muss mein Leben wieder auffüllen Nee, mein... Hunger meine ich Ich hab nur noch 3,5 Herzen Sind bei dir noch welche? Ja Ja Ich bin gleich tot, wenn es lädt Du bist... Du bist tot Ich konnt... Ich konnt nicht sehen Ich konnt gar nicht sehen Das ist scheiße Mhm... Ja, das ist scheiße Ich hab ein Steinscheid und ich hab nur noch 2,5 Herzen Fuck, ich hab nur noch ein Herz, Alter Und noch ein Herz, Junge Wahrscheinlich ist die Wave gerade gleich zu Ende Ich warte jetzt einfach mal hier, ja Die greifen mich ja eh nicht an Oder greifen die mich ab, doch... Sie greifen mich an Ich muss jetzt mal gucken hier, wer mich angreift Bist du, du bist tot, gell? Alter, du bist da oben Okay, noch 10 Sekunden, das schaff ich noch Ich töte noch mal ein Pawn So, die... Wie viel sind wir? Okay, wir sind gleich mit Wave 10 Boah, Scheiß, Alter Guck mal, wir haben für 10 Wellen jetzt vielleicht Fast 40 Minuten gebraucht, aber naja So, ich mach mal die nächste Wave, ja? Ja, jetzt hab ich kein Schwert mehr Warum das? Keine Ahnung, ist halt so Das find ich jetzt aber komisch Also ein bisschen verpackt ist es irgendwie noch Ich weiß nicht, woanders liegt Aber ich mach jetzt einfach mal nächste Wave, ja? Warte mal, warte mal Was denn? Was, was ist los? Und ich sehe die kommenden, die kommenden Blocks Was warst du denn? Nein, lass uns, lass uns schreit doch mal Nein, wozu denn? Bist du doof? Denn du besitzt sich alles Bist du doof? Bist du doof? So, ich mach jetzt die nächste Wave Ich mach... Ich mach... Ich hab... Ja, ich kann jemanden treffen Ja, ich kann jemanden treffen Warum denn? Ich hab Schweine besiegt, ja Ich hab... Ich hab 115 bekommen, allergeil Ja Okay Ja, das ist schlimme Ich... Wenn ich irgendjemanden treffe Dann... Wackt sie mich rum Und ich bekomm nichts Also ich überweist dir mal ein bisschen Geld, ja Du kannst dir jetzt mal ein besseres Schwert kaufen, oder? Ja Ja Ne, ich hab... Ich hab Return gedrückt, jetzt war ein bisschen falsch So... Ich bin Job Ähm... Give Gold Du bist Player 1 Eins... Zwei... Drei... So, ich geh dir einfach mal 50 Gold, ja? Jo 50 Gold wird er reichen Du solltest dir einen besseren Schwert oder einen besseren Bogen kaufen Ich kaufe mir jetzt erstmal einen... Ich kaufe mir jetzt erstmal einen... Ich kaufe mir jetzt einen besseren Schwert Kaufe ich mir auch Ich hab jetzt... Metall Schwert, Alter Metall Schwert ist... Haltbarkeit und Schärfe eins, das ist geil So... Bist du fertig? Also diese... Unbreaking 10, Leute Diese Abil... Diese Abilities... Hey Warte, ich drück mal auf Next Wave Warte, ich drück mal auf Next Wave Warte, guck mal... Das ist ja voll unlogisch... Nein! Ich bin doch erst da! Ja, sag das doch Ja, siehst du doch So, jetzt kannst du machen Next Wave Wave 11 Ich finde es aber eine richtige Idee mit dem... Ich finde es aber eine richtige Idee mit dem... Ich weiß nicht... Irgendwas heißt das aber... Die... Die Zombies sind ein stärker Game Ja, nicht echt Ich brauche eine Metall Schwert Also ich... Ich brauche drei Schläge Dann sind die daumen So... Hier sind die Zombies Die müssen alle besiegen Aber ich... Ich will dich lieber nicht schlagen Ja... Fuck hier, Alter Der... Der Zombie schlägt mich, ja... Hilf dir mal ein bisschen, ja... Boah... Scheiß ein Dreck, Alter Man hört sicherlich meine Maus Ja, die höre ich sehr... Ich selbst bestiere... Ich hau es einfach mal... 30 Meter ist die Maus Ich höre jetzt einfach mal die... Ich hau es einfach mal... 2, 3... 1,5... Abhauen... 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 Nein, du bist tot... Gefeuert aneinig Ich hau die einfach gerade nur ab, gell... Also... Das ist der U... Uga... Uga... 28 noch Okay, ich... Mich verfolgen gerade übelst vier Zombies Ich weiß ganz viel lang an der Wave geht Er bestimmt nicht nur ne... Nicht nur ne Minute... So... Ich kann ja mal mit stoppen Ja, jetzt ziehe ich ja schon bald zu Ende Und ich renne vor 4 zu 4... Ja, noch 10 Sekunden, das überlebe ich doch locker Du guckst mir grad schön hinzu... Wie ich seh... Wenn ich jetzt noch ein... Ja, okay... Wir haben die Wave überlebt Ich wollte grad zum Kuchen rennen... Weil ich DP'd Was? Ich wollte grad zum Kuchen rennen... Obwohl ich DP'd Ich DP'd Also ich würd sagen... Die Folge beenden wir jetzt mal... Nein, du darfst mich nicht töten... Genau... Das ist die ganze Maschine... Im Arsch... Also... Wir haben jetzt schon 11 Wellen geschafft... In... Zwei Folgen... Und dann würde ich sagen... Freut euch auf die nächste Folge... Und ja... Genau... Bis zum nächsten Mal... Ciao... Auf Wiedersehen... Tschüss...